Wenn 16-Jährige sich wie alte Stammfischbrüder volllaufen lassen, statt hinter den Mädchen her zu sein, wenn sie im Sufter nicht etwa die Kontrolle über die Motorik der Gestalt verlieren, dass die Hand landet, wo sie nicht hingehört, wobei die Hand auch zur Faust geballt sein kann oder auch nicht, wenn also der Alkohol ganz andere Wünsche offenbart als die, die Freundin etwas fester zu drücken oder dem Rivalen ein blaues Auge zu verpassen, wenn die Enthemmung stattdessen zu planvollem Handeln führt, wenn die Enthemmten, statt auf dem unmittelbaren Lustgewinn erpicht zu sein, weder Aufwand noch Mühe schreuen, wenn sie sich dann stockbesoffen, wie sie sind, an die Arbeit machen und wenn diese Arbeit darin besteht, ein Mietshaus in ein Krematorium zu verwandeln, dann stimmt mit diesen Deutschen etwas nicht. Dann muss die Bevölkerung einen schweren Webfehler haben, unter der diese 16-Jährigen aufgewachsen sind. Nicht, dass die Menschen von Natur aus Engel wären, aber so wie diese 16-Jährigen sind sie von Natur aus auch wieder nicht. Um so wie diese 16-Jährigen zu werden, bedarf es einer Abrichtung Konditionierung, die zu leisten, nur die Mehrheit die Macht besitzt. Das, was ihr hier gehört habt, das war eine Aufnahme vom Kongress, der Zeitschrift Konkret aus dem Jahr 1992. Für den Konkret-Kongress 92 war ein Thema bestimmt, wie ihr das hier auch gehört habt, nämlich die Einordnung einer Welle rassistischer Gewalt, die sich Anfang der 90er Jahre Bahn gebrochen hat. Um eine Analyse dieser Gewalt hat sich hier im O-Ton Wolfgang Port bemüht, einer Aufnahme, die vermutlich vor allen Dingen deshalb bekannt geworden ist, weil der Autor Karl Held damals mit einer großen, aufsehenerregenden Polemik auf diese Analyse Portes reagiert hat. Wolfgang Port, das war ein Autor, der keine Kontroverse gescheut hat, ein Autor, der sich später aber eher zurückgezogen hat und aus dieser Zurückgezogenheit heraus zynische Kommentare geschossen hat. Wolfgang Port, der ist kurz vor Weihnachten am 21. Dezember leider gestorben. Jakob Heiner aus Berlin hat in der Jungen Welt einen Nachruf auf Wolfgang Port geschrieben und mit ihm zusammen will ich hier auch nochmal der Frage nachgehen, wer war eigentlich Wolfgang Port und was haben die Beiträge dieses Autoren ausgemacht? Am Telefon begrüße ich Jakob. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Jakob, wir beide sind ungefähr gleich alt. Politisierung würde ich so auf Mitte, Ende der 2000er datieren. Das ist die Zeit, in der ich angefangen habe, konkret zu lesen. Zum Beispiel, Wolfgang Port ist ja konkret Autor gewesen, aber das ist ein Zeitraum eben so Mitte, Ende der 2000er Jahre, wenn ich das richtig zurückdatiere, wo Wolfgang Port aus der tagesaktuellen Debatte sich ja eher schon zurückgezogen hat. Deshalb die Frage an dich, wie bist denn du eigentlich auf ihn gestoßen als einen Autoren, der sozusagen ja die wichtigsten Polemiken eigentlich sozusagen in der Zeit geschrieben hat, wo wir noch nicht so politisch aktiv waren? Wie hast du diesen Autoren für dich entdeckt? Ja, Wolfgang Port war trotzdem, als er zu diesem Zeitpunkt tatsächlich aus der Öffentlichkeit sich zurückgezogen hatte, ja trotzdem immer wieder ein Thema, weil er eben diese Öffentlichkeit, in der er zu diesem Zeitpunkt nicht präsent war, trotzdem auch sehr geprägt hatte. Unter anderem beispielsweise mit dem Auftritt auf dem Konkretkongress, der ja aufgrund, sagen wir mal, einer eben sehr kontroversen, aber auch von allen Seiten, glaube ich, relativ missverständlichen Situation recht berühmt geworden ist. Dann gab es ja noch einen Auftritt von Wolfgang Port im Jahre 2003, wo er damals die Antideutschen, die ihn eingeladen hatten, zusammen mit auch Henrik M. Brode auf einem Podium doch ziemlich vor den Kopf gestoßen hat. Gerade weil er darauf hingewiesen hat, dass er durchaus nicht bereit ist, quasi für sie so eine Art irgendwie Vordenker oder auch eine Art Säulenheiligen oder so zu spielen. Und das waren natürlich einfach die Auftritte, die ihn dann doch immer wieder in Erinnerung brachten. Wobei ich auch sagen muss, dass ich dann schon nach kurzer Zeit, nachdem ich auf Wolfgang Port als Autor aufmerksam geworden bin, mich auch sehr für die frühen Schriften interessiert habe, wozu unter anderem seine Balsack-Studie, aber vor allem eben auch seine Theorie des Gebrauchswerts zählt. Und das auch Schriften waren, die mich dann besonders interessiert haben. Auf die Theorie des Gebrauchswerts würde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Was ich erstmal nochmal interessant finde, ist ja so ein bisschen die Herkunft von so einem Denker, der auf der einen Seite Theoretiker ist, auf der anderen Seite journalistische Beiträge schreibt, im Feuilleton schreibt, auch für verschiedene Zeitschriften schreibt. Jemand, der sich nirgends einordnen lässt und der überall eigentlich aneckt. Das ist auch so ein bisschen die Überschrift von deinem Nachruf in der jungen Welt, dass Wolfgang Portz eben sich viele Feinde gemacht hat. Wenn man sich das nochmal anguckt, wo er eigentlich herkommt, was hat er denn für Ursprünge, auch was die Politisierung betrifft und was schließlich den Werdegang eines kritischen Theoretikers und Journalisten betrifft? Ja, Wolfgang Portz war ja zunächst ein Arbeiter, er war Hilfsschlosser bei Siemens und er beschreibt das in einem sehr späten Text, der eine Art kurze autobiografische Skizze darstellt, beschreibt er mal seinen Werdegang, wie er da also eben auf so einer Betriebsversammlung ist und da soll ein älterer Kollege für seine 40- oder 50-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet werden und dann sieht er den Kollegen und der ist wirklich schwerst mitgenommen, dadurch, dass er da irgendwie jahrzehntelang quasi für Siemens geschuftet hat und überhaupt ist die ganze Atmosphäre wohl eher einer Beerdigung vergleichbar und dann macht noch ein junger Kollege irgendeine Geste, wie da kann man sich ja gleich umbringen und daraus hat Portz dann die Konsequenz gezogen, hat gesagt, gut, dann kündigt er, hat dann sein Abitur nachgemacht und hat dann angefangen zum Studieren und alles mit der Frage, wie er schreibt, für ihn die zentrale Frage, wie kommt es, dass die Menschen ein ungelebtes Leben hinnehmen? Und diese Frage wollte er also aufklären, hat sich dementsprechend für Soziologie interessiert, auch Psychologie, aber Psychologie kann man nicht rein in den Studiengang, also wurde dann Soziologie und dann saß er in der Soziologie und war zunächst erstmal konfrontiert mit, sagen wir mal, der üblichen statistisch oder quantitativ agierenden Soziologie, also auch Sachen, die ihn überhaupt nicht interessierten und so war er kurz davor, dieses Studium wieder abzubrechen und dachte, na gut, eine letzte Chance wäre doch nochmal in die Bibliothek zu dem Regal zu gehen mit der Fachliteratur und dann hat er das große Glück, dass direkt unter A die Adorno und Horkheimer ein ganz schmaler Band war namens Dialektik der Aufklärung und dieses Buch hat also genommen und darin seinen Impuls wiedererkannt, nämlich die Frage zu klären, warum Menschen ein ungelebtes Leben eigentlich hinnehmen. Und das ist, glaube ich, das, was sich durch Ports Werk auch zieht, dass sein Impuls quasi ein zunächst außertheoretischer ist, nämlich ein ganz, ja, lebenspraktischer, wenn man so will und auch ein revolutionärer Impuls, der dann aber in der Folge eigentlich immer wieder auch in den einzelnen, ja, theoretischen, aber auch journalistischen Beiträgen immer wieder auch durchscheint, also dass die zentrale Frage in einer auch politischen Veränderung der Lebensumstände aller Menschen liegt. Also Wolfgang Porth als Indenker, der auch an der Akademie sich nicht einrichten konnte, deswegen, weil er was ganz Bestimmtes wollte von der theoretischen Arbeit, nämlich so einer Frage nachzugehen, warum Menschen ein ungelebtes Leben hinnehmen, warum man, ja, oder wie man auch vielleicht dazu kommen kann, genauso ein ungelebtes Leben, die Verhältnisse, die solches ungelebtes Leben aufzwingen, zu überwinden. Denn du hattest die beiden akademischen Kategorien genannt, Soziologie und Psychologie. Jenseits des akademischen Gewands könnte man es vielleicht bei Porth übersetzen in Kritik der politischen Ökonomie und Psychoanalyse. Das ist ein Zusammenhang, den ich bei Porth in den Texten immer wieder wahrgenommen habe und wo er, finde ich, gerade in Bezug eben auf rechte Gewalt, Antisemitismus und Rassismus eben so eine Art, ja, antikapitalistische Subjekttheorie vielleicht entwickelt hat und versucht hat, da eben eben auf den Grund zu gehen. Wo kommt es eigentlich her, dass Leute zu rechter Gewalt und Antisemitismus, Rassismus neigen und das eben eingebettet in, ja, eine kritische Gesellschaftsanalyse. Jetzt hattest du ein Buch erwähnt, das dich interessiert und beeinflusst hat, das zu seinen Frühschriften gehört, das vielleicht aber auch so ein bisschen als theoretisches Hauptwerk von Wolfgang Porth gelten kann, nämlich ein Buch mit dem Titel Theorie des Gebrauchswerts. Was hat sich denn hinter so einem Buch versteckt? Was sind denn da Thesen, die er vertritt? Ja, die Theorie des Gebrauchswerts ist ja die Promotion von Wolfgang Porth, die dann 1976 erscheint und die steht zunächst natürlich auch in dem Zusammenhang eines neu erwachten Interesses an Marx, was man ja in den 60er und 70er Jahren in der Bundesrepublik ohne Zweifel feststellen kann. Und es gibt quasi sogenannte neue Marx-Lektüre auch und auch ein gewisses, sagen wir, strukturalistisches Interesse an Marx, also sehr viel Marx-Philologie, die da auch einsetzt. Und gegen diese Philologie wendet sich auch die Theorie des Gebrauchswerts. Denn was Porth auch hier macht, ist Marx zu lesen, aber Marx zugleich nicht nur als eine Beschreibung von Gesellschaft und nicht nur als eine Kritik von Gesellschaft, sondern zugleich auch als eine implizite Revolutionstheorie zu begreifen. Und der Begriff, an dem man das festmacht, ist der Begriff des Gebrauchswerts, der für ihn wirklich zentral ist. Nicht nur insoweit, dass natürlich eine gebrauchswertorientierte Produktion auch das Ziel von Gesellschaftskritik ist und Gesellschaftsveränderung, sondern dass für ihn der Gebrauchswert eigentlich auch das ist, was sich eigentlich permanent auch dem soziologischen oder beschreibenden Zugriff entzieht. Also der Gebrauchswert ist für ihn selbst schon gewissermaßen mit einem utopischen Moment versehen. Man merkt hier auch natürlich deutlich den Einfluss Adornos oder einer kritischen Theorie Adornos, in der ja eben auch die These vertreten wird, dass tendenziell der Gebrauchswert immer mehr durch den Tauschwert ersetzt wird, einfach dadurch, dass das Kapital tatsächlich die gesamten Lebensbedingungen des Gesellschaftsprozesses unterwirft und somit, indem auch alles verwertbar wird, indem auch alles vergleichbar wird, auch die qualitative Differenz eingezogen wird, für die der Gebrauchswert immer noch steht und indem alles quasi austauschbar wird, damit eigentlich auch das verschwindet, worum es eigentlich geht. Also es ist zugleich auch eine Kritik, eine immanente Kritik dessen, wohin der Kapitalismus von sich aus tendiert, nämlich sich selber quasi unersetzbar, unabschaffbar zu machen, aber in sich quasi überhaupt keinen Inhalt mehr, außer sich selbst zu vermitteln. Also es ist quasi die Totalisierungstendenz des Kapitals selber, gegen die dann noch der Gebrauchswert steht, als eben Vorschein dessen, worum es eigentlich geht, eine freie Vergesellschaftung auf der Grundlage der Produktion, der gesellschaftlichen Produktion von Gebrauchswerten. Also Wolfgang Port als ein Theoretiker, der sich ja stark an der kritischen Theorie eines Adorno, eines Horkheimer orientiert hat, das aber auch weiterentwickelt hat, auch eine Auseinandersetzung mit Marx und versucht da, das marxische Denken irgendwie weiterzuentwickeln, an so einem Begriff wie dem des Gebrauchswerts, das auch aufzumachen. Jetzt ist ja aber das, was Wolfgang Port wahrscheinlich mehr bekannt gemacht hat, als so ein Buch wie die Theorie des Gebrauchswerts, sind ja seine Polemiken. Und das haben wir jetzt auch immer schon so ein bisschen angedeutet, wenn wir darum gesprochen haben, dass er Stichwortgeber gewesen ist für die Antideutschen oder dass die Antideutschen sich auf Wolfgang Port bezogen haben. Ich denke, da steht ja zunächst erstmal im Zentrum die Kritik der Friedensbewegung in Deutschland, die Wolfgang Port prominent formuliert hat, wo er sowas wie Anti-Amerikanismus in der Friedensbewegung kritisiert hat, wo er sich aber, wie ich das lese, ja durchaus auf einen Standpunkt stellt, wo er sagt, okay, wenn es eine linke emanzipatorische Friedensbewegung sein soll, dann muss man das kritisieren. Nichtsdestotrotz ist ja mit den Antideutschen eine Strömung entstanden, wo, ja, wenn man um geopolitische Zusammenhänge, wenn man darüber spricht, dass dann das ganz oft so ist, dass man sich eigentlich nur noch so entscheidet zwischen geringeren Übel und besseren Übel und, ja, sozusagen antideutsche Kritik, dann heißt es, sich auf die Seite des geringeren Übels zu stellen mit Maßstäben, zum Beispiel einer Intervention der USA irgendwo oder, ja, sozusagen außenpolitische, journalistische Beratung der USA, könnte man da vielleicht so eine Textproduktion auch nennen, die aus dieser Richtung gekommen ist. Vielleicht hat Wolfgang Poort Ursprünge gelegt für so eine Art des Denkens, indem er zum Beispiel auch angesichts des Golfkriegs Partei ergriffen hat für eine Intervention der USA. Jetzt ist das alles auch schon wieder eine Weile her. Wir sprechen jetzt über andere Sachen, die zum Beispiel im Irak passieren oder wir sprechen über einen plötzlichen Truppenabzug von den USA aus Syrien. Wenn man sich das jetzt aus dieser Warte heraus nochmal anschaut, wie würdest du da die Polemiken von Wolfgang Poort auch in Bezug zum Beispiel auf den Golfkrieg da einschätzen und in eine bestimmte Tradition, die daraus entstanden ist? Ja, das ist natürlich gar keine allzu leicht zu beantwortende Frage, denn zunächst ist es natürlich so, dass wie Poort 1981 in einem, da gibt es ja seinen berühmten Text, ein Volk, ein Reich, ein Frieden, das ist eine scharfe Kritik der Friedensbewegung. Ich meine, da geht es ja nicht nur um Anti-Amerikanismus, da geht es auch um Heimat-Tümelei, um einen verlogenen Pazifismus. Also er versucht ja genauso wie in seiner Kritik der Alternativen, genauso wie er auch eine Kritik des bewaffneten Kampfes hat und der Marx-Philologen. Und also man muss das bei Poort durchaus nochmal im Zusammenhang sehen, dass, was die Poort'schen Polemiken immer so stark gemacht hat, war, dass er durchaus quasi den Blick auf das Ganze hatte und es quasi aber doch immer durch, sagen wir, so ein bisschen durch, naja, durch ein Detail durchgejagt hat. Ja, also das war schon der Punkt, wo ich zunächst erstmal feststellen würde, dass also so eine, naja, auch normale Höhe von den Antideutschen danach eigentlich kaum je wirklich wieder erreicht wurde. Und auch als er dann Anfang der 90er Jahre sich sehr deutlich sagt, dass er es für einen wirklich unhaltbaren Zustand hält, dass Israel durch die irakischen Raketen bedroht ist und das quasi als ein zu diesem Zeitpunkt quasi von der Weltpolitik zumindest noch nicht vollkommen geächtetes Mittel eingesetzt wird, natürlich polemisiert er scharf, um diesen Zustand zunächst insoweit unmöglich zu machen, dass er zumindest nicht von der deutschen Öffentlichkeit toleriert wird in ihrem verklemmten Judenhass. Also das ist, glaube ich, das, worauf er da zielt. Aber er hat ja schon auch, wie ich vorhin erwähnte, dann in der Kontroverse 2003 mit den Antideutschen klargemacht, dass es für ihn quasi überhaupt keine theoretische Aufgabe ist, so etwas wie außenpolitische Beratung zu machen oder tatsächlich quasi sich irgendwie darauf zu kaprizieren, sich eine Liste mit Interventionszielen vorzulegen oder so. Also ich glaube, in dieser Art und Weise hat Porte ja auch immer wieder gegen sich selbst angedacht und immer wieder eigentlich versucht, unmöglich zu machen, dass man quasi Momente seiner Kritik einfach verdinglicht und dann quasi als eine Art Programm aufstellt, sondern Polemik war für ihn auch, und das muss man auch sagen, in einer gewissen Art und Weise immer Tagesgeschäft im Kampf der Kritik. Also da müssen quasi, das ist mitten im Handgaming, und da müssen quasi für den Moment Fronten geklärt werden. Das sind aber auch Dinge, die können schon zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre später oder durchaus auch im Moment natürlich selbst schon falsch sein. Also da Porte war ja in der Hinsicht, hat er das sehr ernst genommen auch mit dem Zeitkern der Wahrheit, dass natürlich das, was man in einer Situation 1992 sagt, natürlich überhaupt nicht wie 2003 dafür benutzt werden soll, um jetzt da über den nächsten Krieg anzufangen. Also ich denke, da hat sich auch gezeigt, dass es da vielleicht auch gewisse Missverständnisse gibt der Position von Porte, und er hat natürlich auch alles dann dafür getan, dieses Missverständnis auch nochmal doch zumindest öffentlich deutlich zu machen. Jetzt hatten wir schon erwähnt, dass Wolfgang Porte sich irgendwann eher zurückgezogen hat und dass er jemand gewesen ist, der eher selten dann nochmal von sich hören lassen hat, der nochmal einzelne Publikationen irgendwie rausgegeben hat. Und dazu hat ein Buch gehört, das den Titel dann trug, Kapitalismus forever. Das war tatsächlich auch nochmal ein Buch, das Wolfgang Porte in den letzten Jahren herausgegeben hat. Von der Titel lässt ja auch so ein gewisses Maß an Zynismus vermuten, Kapitalismus forever. Ich hatte das dann auch gelesen und hatte das Gefühl, da schreibt sich jemand irgendwie seine Verbitterung vom Leibe auch so ein bisschen. Da schreibt jemand, der grundlegend resigniert ist, der dann solche Sachen sagt, wie zum Beispiel, okay, der Stand, zu dem es die Menschheit gebracht hat, da ist die Menschheitsgeschichte eigentlich auf der Ebene der Amöbe geblieben. Oder er sagt sowas wie, ja, was hat das alles gebracht, diese ganzen Marx-Bände sich durchzulesen. Wir haben uns irgendwie davon erhofft, dass das was ändert, aber es hat am Ende überhaupt nichts geändert. Also macht auch diese ganze Theorie eigentlich keinen Sinn. Also ja, so ein gewisses Maß an Verbitterung, was ich da wahrgenommen habe. Wie hast denn du diese Art von Zynismus vielleicht wahrgenommen, die er so in den letzten Jahren geäußert hat? Ja, das war wirklich sehr eigenartig. Ich hatte Wolfgang Porte dann auch nochmal gesehen, auf zwei Vorträgen in Berlin, die er gehalten hat, in der Volksbühne und im Leidach. Und das gehörte ja durchaus in den Zusammenhang von Kapitalismus Forever und auch dem zweiten Buch, was quasi auch direkt in den gleichen Themenkomplex gehört, Das allerletzte Gefecht. Und das waren schon, ja, ich meine, das waren auch wieder Texte, die überhaupt nicht darauf angelegt waren, Einverständnis zu erzielen in der Zuhörer- oder Leserschaft. Und da ja auch gewissermaßen klar war, dass die Leserschaft von Porte zu diesen Zeiten vielleicht auch schon eine kleinere ist, als sie noch in den 80er- und 90er-Jahren war, war ihm auch überhaupt gar nicht daran gelegen, das jetzt als eine Gemeinschaft von mir Verschworenen noch einmal zu bestätigen in den eigentlich guten Absichten, die man hat, sondern seine ganze Polemik. Na gut, ich neige nicht dazu, das Zynismus zu nennen, aber weil ich denke, dass es quasi eine polemische Figur ist, die doch noch mal darauf zielt, tatsächlich auch die sehr vertragte Lage, in der man sich befindet, anzuerkennen. Und Porte macht das natürlich in völliger Übertreibung, quasi er macht das in einer Figur der Überaffirmation. Er sagt also, also die revolutionäre Linke und Kapitalismus verhalten sich wie Maus, die dem Elefanten irgendwie auf dem Fuß rumspringt, irgendwie zueinander. Also da gibt es quasi überhaupt gar kein Verhältnis mehr. Und erst recht nicht eins, was irgendwie in näherer oder fernerer Zukunft irgendwie auf Überwindung des Kapitalismus abzielt. Also das ist schon der Punkt, den er macht. Aber das Interessante ist, in der Art und Weise, wie er es macht, ist das etwas, was im höchsten Maße zu Widerspruch anregt und zugleich aber natürlich auch dazu drängt, dass man doch auch anerkennen muss, dass quasi die Lage zumindest in Teilen wirklich so wenig rosig ist, auch wie Porte sie da beschrieben hat. Also das hinterlässt einen durchaus sehr ambivalent, diese letzten Schriften. Und ich wüsste da auch keinen guten Ausweg. Aber wie gesagt, es war überhaupt nicht die Absicht von Porte, jetzt noch ein paar Durchhalteparolen wiederzuschreiben, die es allen einfacher machen, sich irgendwie so noch ein bisschen durchzuwurschteln mit kritischer Lektüre oder Ähnlichem. Sondern er hat in einer gewissen Weise auch an seiner frühen Einsicht eigentlich festgehalten, dass eigentlich die letzte Theorie die Marx'sche ist. Und zwar als die Theorie, die eigentlich den gesellschaftlichen Zusammenhang auf den Punkt bringt und es danach eigentlich nur noch darum gehen kann, die praktischen Konsequenzen aus dieser Theorie zu ziehen, nämlich die kapitalistische Produktionsweise abzuschaffen. Und diesen Punkt, auf den er immer wieder beharrt hat, dass das eigentlich so ist, dass danach eigentlich nur noch eine Geschichte kommt, die insoweit eine Verfallsgeschichte ist, dass sie diese theoretisch praktische Einsicht von Marx nicht hat umsetzen können. Ich glaube, dem ist er insoweit treu geblieben, dass er das dann in den letzten Schriften quasi einfach umgekehrt hat. Und ich glaube nicht auch zuletzt in durchaus provokativer Absicht und vielleicht durchaus auch in der Absicht, doch bitte doch noch widerlegt zu werden. Bis zum nächsten Mal.